Fußball-Bundesligas SC Freiburg hat Roland Salai unter Vertrag genommen. Der 21 Jahre alte ungarische Offensivspieler kommt von Apel Nekosia Für die Zypra erzielte er in 41 Pflichtspielen 10 Tore und bereitete 6 Treffer vor Zuvor spielte er für den Puskas Akademia FC in der ersten ungarischen Liga und für US Palermo in der italienischen Serie A Über die Ablösemodalitäten machen die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben. Salai debütierte bereits als 18-Jähriger in der ungarischen Nationalmannschaft und bestritt seither 8 Ahländerspiele Er ist ein variabler Offensivspieler, der gerne über die Außenseite